Ich bin Sascha, ich studiere Maschinenbau auf Diplom an der TU Ilmenau. Das Diplom war für mich halt ein recht traditioneller Abschluss und ich fand mir darunter kann man sich mehr vorstellen. Auch wenn es ein traditioneller Studienabschluss ist, das Studium selbst ist sehr modern und beinhaltet alles, was man bis jetzt in der Forschung herausgefunden hat. Wir lernen genauso viel über den Otto Motor wie über Solaranlagen. Im Diplom sind wir halt sehr praxisnah, das heißt wir haben so gut wie immer Praktika zu den meisten Vorlesungen. Wir haben eine besonders enge Betreuung von unseren Dozenten und vom Prüfungsamt. Maschinenbau ist recht mathematisch, aber man muss keine Angst davor haben. Man muss sich nur heransetzen und dann kriegt man das hin. Gut lernen kann man hier tatsächlich überall. Am einfachsten finde ich es persönlich immer noch in der Bibliothek. In den ersten vier Semestern schnuppert man überall mal rein und nach dem Grundstudium kann man sich dann entscheiden, in welches der vier Fachgebiete man sich spezialisieren möchte. Ich persönlich habe mich für die Produktionstechnik entschieden. Der Studiengang ist für Leute geeignet, die gerne basteln, die sehen wollen, wie Sachen funktionieren, die keine Angst davor haben, die Fragen zu stellen, wie es funktioniert und warum man das macht. In meiner Freizeit gehe ich hauptsächlich mit Freunden spazieren. Die Natur ist schön und es ist ein guter Ausgleich. Zur Prüfungszeit, wenn man nur drinnen sitzt und lernt. Oder Fahrrad fahren oder ich schraube mit meinen Freunden an Autos rum. In meinen Studiengang kann man relativ gut beschreiben, wenn man seine Motorhaube vom Auto aufmacht und ist erstmal erschlagen von den ganzen Teilen und Schläuchen. Aber wenn man sich da einzeln reinfokust, dann kriegt man das sehr gut hin. Mein Studiengang Maschinenbau in drei Worten analytisch, anwendungsorientiert und vielseitig.